Oh, ach herrje, der fliegt direkt auf uns zu, der will uns verputtern. Oh nein, nicht mein Walli! Warte Käferchen, ich will mitspielen. Was sehen da meine Adleraugen? Schnell Rufus, hilf mir! Na hör mal, du musst mir helfen. Juhu, ich komme! Äh, kann ich dir helfen? Gerade wolltest du noch, dass man dir hilft. Ich bin schnelle Feder. Ach, wirklich? Wusste ich nicht. Juhu! Hey, hört auf! Ich will doch nur mitspielen. Du willst mitspielen? Alles klar! Ja, ich bin der Adler und ihr jagt mir die Bäre ab. Na schön, Adler. Willi, pass auf! Super, das macht Riesenspaß! Adlers schnelle Feder ist wieder auf der Jagd. Hab sie! Und Spielstopp! Ich hab Hunger, tschüss! Oh, ich hab mir fast ins Häuschen gemacht. Alles ist gut, die gut, meine liebe Schnuffelkugel! Eheh, 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 eheh!